Steuererklärung online erstellen und dabei Steuererstattung maximieren. Warum sich eine Steuererklärung auch für Arbeitnehmer lohnt, weiß unser Gast heute Daniel Hahnemann, der Geschäftsführer der Wundertex GmbH. Lieber Daniel Hahnemann, herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wir sprechen heute über ein Thema, was wichtig ist, was spannend ist, was nicht in erster Linie mein Thema ist, beziehungsweise bis ich dich kennengelernt habe. Wir unterhalten uns heute über Steuern. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein und ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen beim Thema Steuererklärung. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ihr habt ja mit der Wundertex eine Online-Plattform entwickelt, die Menschen bei der Erstellung ihrer Steuererklärung unterstützen. Welche Vorteile bietet denn die Nutzung von Online-Plattformen wie jetzt eure Wundertex für die Erstellung und auch die Einreichung der Steuererklärung, gerade wenn wir das jetzt so im Vergleich zur herkömmlichen Methode mit Elster betrachten? Genau. Die Elster-Software vom deutschen Staat ist in der Form, wie es gerade angeboten wird, sehr, sehr spartanisch. Also es sind sehr oft einfach nur die Papierformulare der Vergangenheit ins Digitale gebracht. Bei Online-Plattformen wie unsere versuchen wir, alle möglichen Steuervorteile mit einzubauen. Wir haben eine viel, viel intuitivere Nutzerführung und wir sind komplett papierlos. Also bei Elster kriegt man vielleicht nochmal so eine Bestätigung und so weiter. Aber ja, wie gesagt, die Nutzerführung sorgt halt dafür, dass man viel, viel schneller durchkommt, dass man nicht, die Pauschalen sorgen natürlich dafür, dass man nicht tagelange Recherche machen muss und halt eben auch das Maximale rausholen. Also sehr übersichtlich klingt das Ganze. Wir versuchen es, genau. Welche Arten von Steuererklärungen können denn mithilfe von Wunder-Tags online erstellt und auch eingestellt und eingereicht werden? Und vor allen Dingen, welche steuerlichen Situationen könnt ihr da auch abklären? Genau, ich beantworte diese Frage mal von hinten, weil die steuerliche Situation ist natürlich immer ausschlaggebend für was der Kunde braucht oder der Nutzer. Wir haben angefangen mit Studenten. Studierende haben einen ganz besonderen Steuerfall. Sie können viele Kosten von ihrem Studium geltend machen lassen und so einen Verlustvortrag sichern. Damit haben wir auch angefangen als Firma. Wir haben auch ein Tool für Polizisten. Wir haben ein Tool für Soldatinnen und auch für Erzieher, Pflegekräfte und so weiter. Und da versuchen wir halt eben diese Nutzerführung so genau wie möglich auf diese Steuersituation anzupassen. Das Formular dahinter, also was dahinter funktioniert, ist eigentlich der gleiche Prozess bei allen verschiedenen Situationen. Es ist nur eine andere Nutzerführung. Zu den verschiedenen Steuerarten möchte ich auch noch was sagen. Die verschiedenen Steuerarten, die kann man in all diesen Tools benutzen. Also wenn zum Beispiel eine Polizistin Nebenverdienst hatte, kann sie natürlich auch die Anlage S beziehungsweise Anlage G abgeben. Selbstständiges Einkommen aus selbstständiger Arbeit. Wir decken auch Kapitalerträge ab, die Vermietung. Wir haben hier im Frühjahr, war das ein großes Thema, die Grundsteuererklärung haben wir auch angeboten. Also ich würde mal sagen, das ist jetzt nicht empirisch belegt, aber ungefähr 95 Prozent aller Steuerfälle in Deutschland. Für Privatpersonen können wir eigentlich abbilden. Alleine bei dem Gedanken der Erstellung der Steuererklärung gibt es viele Menschen, mich mit involviert. Da kriegt man schon das große Grausen. Lohnt es sich denn wirklich die Zeit da zu investieren? Auf jeden Fall. Also das Statistische Bundesamt gibt an, dass es circa 1000 Euro, also 1095 Euro Erstattung gibt, also als Durchschnitt über alle Steuererklärungen hinweg. Und die meisten Leute sagen mir eben, ah ja, bei mir gibt es sowieso nichts zu holen. Oh nee, ich habe da keine Ahnung. Also es ist immer ein sehr cooles Thema auf Partys. Die Leute sind immer begeistert, wenn sie es hören. Entweder positiv oder negativ. Aber immer extrem. Aber zurück zum Thema. Nee, die Steuererklärung lohnt sich für die allermeisten Leute. Also die meisten Leute unterschätzen, was sie denn alles absetzen können. Weniger als zwölf Monate gearbeitet, Job gewechselt, Umzug, lange Fahrtwege, Laptop oder Handy gekauft. Doppelte Haushaltsführung und, und, und. Also ich könnte noch weitergehen. Das sind alles Fälle, die eben halt zutreffen. Und ja, fast jeder hat irgendeine Sondersituation, wo man immer irgendwas rausbekommt. Und selbst wenn man nur die Pauschalen angibt, hey, unser Steuertool kostet 35 Euro, Gebühr kann man nächstes Jahr auch absetzen als Steuerberatungskosten. Mehr als die 35 Euro kriegt man normalerweise zurück. Und was mich jetzt vorhin eben auch im Vorgespräch so fasziniert hat, dass das alles wirklich sehr überschaubar und easy umzusetzen ist. Und das selber, das fasziniert mich in jedem Fall. Sag mal, wie funktioniert denn der Prozess der Dateneingabe und auch der Übertrag auf der Wundertax Plattform, um auch wirklich sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen tatsächlich auch erfasst sind? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Natürlich bei dem ganzen Thema Steuererklärung sind natürlich die Leute sehr, sehr vorsichtig, weil eben sie wollen nichts falsch machen, aber auch gleichzeitig der Datenverlust oder Datenleaks sind ja immer ein großes Thema. Wie es funktioniert ist, man geht auf die Webseite und das ist eigentlich bei allen Tools so. Man geht auf die Webseite, man meldet sich an, man gibt die einzelnen Daten in der Eingabemaske ein. Und durch die einfache Nutzerführung kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Also da steht zum Beispiel, anstatt wie viele Kosten für deine Fahrtwege möchtest du absetzen, steht bei uns im Tool deine Adresse und deine Adresse der Arbeitsstätte. Und dann wird per Google Maps eben abgeglichen, okay, wie viele Kilometer sind das? Und die Kosten werden automatisch eingepflegt. Also das sind alles sehr intuitive Fragen. Das sind keine komplexen Steuerfragen, wo eben NutzerInnen halt Respekt bekommen oder Angst bekommen. Und ganz am Ende, also wenn man alle Daten ausgefüllt hat, haben wir noch einen Plausibilitäts-Check, also ob die Daten irgendwie unrealistisch sind oder ähnliches, Fehlermeldungen natürlich, damit halt nichts Falsches übermittelt wird. Und ganz am Ende stellen wir nochmal die Steuererklärung bereit, bevor sie eben ans Finanzamt gesendet wird, wo die NutzerInnen sich halt das alles angucken können und nochmal sicher gehen können etc. Und dann wird es vollelektronisch über die Elster-Schnittstelle, also wir arbeiten doch mit Elster zusammen, an das Finanzamt übermittelt. Ah, okay, da muss man wahrscheinlich nochmal das Zertifikat eingeben oder? Gar nicht. Gar nicht? Nein, eben nicht. Wie es funktioniert ist, man muss sich auf unserer Plattform verifizieren, also Perso hochladen, kurzes Selfie machen und dann bestätigen wir die Identität und dann wird es abgeschickt. Also wirklich komplett papierlos. Kann Wundertex auch Benutzern bei der Identifizierung von steuerlichen Abzugsmöglichkeiten und auch Anreizen helfen, die möglicherweise ansonsten vergessen worden wären, damit eben auch die Steuerrückzahlung so hoch wie möglich ausfällt? Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch Teil von unserer Nutzerführung. Wir haben, also wir sind uns sehr bewusst, dass viele NutzerInnen halt eben ihre, nicht alle Belege haben, zum Beispiel wenn es Arbeitsmittelkäufe gab oder Bücher oder ähnliches. Da haben wir zum Beispiel auch einfach eine Box, wo man sagen kann, ich möchte die Arbeitsmittel bzw. die Literaturpauschale angeben. Und dann umgeht man das praktisch. Und das ist zum Beispiel auch so ein Thema, immer wenn jemand sagt, ja, ich kann ja Elster benutzen, ist ja kostenlos. Dann sage ich, hast du die Arbeitsmittelpauschale angesetzt? Hä, die was? Und dann, ja, das waren genau die 35 Euro, die du halt hättest zurückkriegen können. Aber im Grunde genommen, genau, also wir versuchen da eben Schritt für Schritt die NutzerInnen durch alle verschiedenen Pauschalen, verschiedenen Absetzbarkeiten durchzuleiten, damit halt eben auch nichts irgendwie außer Acht gelassen wird. Und wie gewährleistet ihr, dass der Steuerzahler alle verfügbaren Steuervorteile nutzen und somit dann eben auch nochmal die Steuererstattung optimieren und maximieren kann? Wir haben natürlich auch viele Informationen, die wir bereitstellen wollen. Und neben der Nutzerführung, die ich jetzt schon auch erwähnt hatte, gibt es im Tool verschiedene Tipps. Da kann man auch nochmal nachlesen, was es denn eigentlich, was denn zum Beispiel diese Entfernungspauschale bedeutet, wie diese Berechnung eben stattfindet. Wir haben einen Blog, der sehr aktiv geführt wird. Da fragen wir natürlich unsere Nutzer, was wollt ihr mehr wissen? Und wenn es halt eben nicht klappt, haben wir auch einen technischen Kundensupport, wo wir halt eben auch für Fragen bereitstehen. Wir dürfen keine Steuerberatung anbieten, weil sonst müssten wir mindestens, ja jetzt zitiere mich nicht, aber wir müssten dann mindestens 150 Euro verlangen, weil es gibt eine Steuerberatungsvergütungsverordnung. Also wir machen keine Steuerberatung, aber wir dürfen natürlich helfen mit der technischen Eingabehilfe. Also wenn NutzerInnen uns fragen zum Beispiel, wo gebe ich jetzt die Abschreibung meines Laptops ein, können wir sagen, hier Laptop, einfach den Wert angeben und die Abschreibung rechnen wir für dich aus. Genau. Und Steuerdaten sind ja jetzt tatsächlich hochsensible Daten. Wie gewährleistet ihr denn euren Kunden, euren Nutzern, dass die privaten, aber natürlich auch finanziellen Daten optimal geschützt sind? Das ist natürlich super, super wichtig für uns. Also wie du ja gesagt hast, hochsensibel. Also es gibt eigentlich nur die medizinischen Daten, die noch sensibler sind. Aber im Grunde genommen, wir benutzen modernste Verschlüsselungsstandards, wir benutzen die Elster-Schnittstelle, wo der deutsche Staat natürlich alle Register zieht, was Sicherheit angeht. Wir haben aber auch zum Beispiel vor kurzem einen Cybersecurity-Check gemacht, wo ein Cybersecurity-Dienstleister uns halt eben auf Herz und Nieren geprüft hat. Wir arbeiten mit einem externen Datenschutzbüro, HeyData, die uns auch immer tatkräftig zur Seite stehen. Wir sind natürlich für die ein sehr interessanter Fall, weil es eben so hochsensible Daten sind. Und jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass viele Menschen nicht wahnsinnig technisch versiert sind, wie ich zum Beispiel auch. Und aber gerade beim Thema Steuern kommen immer mal wieder Fragen auf. Wie könnt ihr da eure Kunden, wie könnt ihr die Nutzer, du hast eben schon mal so ein bisschen was erwähnt, noch optimal unterstützen und beraten, wenn eben genau solche spezifischen Fragen auftreten? Ja, also du wirst dich wundern, wie viele Einzelfälle es gibt. Also es gibt immer irgendwelche, ja, ich habe dann diesen Nebenjob gemacht und dann diesen Nebenjob im Ausland für zwei Monate und so weiter und so fort. Also es gibt unzählige Ausnahmefälle. Wie gesagt, also wir dürfen generelle Informationen geben, wir dürfen keine individuelle Steuerberatung geben. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, es kommt immer auf die Formulierung an. Wenn zum Beispiel jemand sagt, okay, ich habe einen langen Fahrtweg gehabt, was tue ich? Dann sagen, können wir, dürfen wir in die richtige Richtung sein? Wir sagen generell, im Schritt zwei, beim Arbeitsweg kannst du deine Daten einpflegen. Wir dürfen keine individuelle Handlungsempfehlung geben. Also ein Steuerberater darf zum Beispiel offen sagen, ja, vielleicht sollten sie sich da im Heimatort anmelden, um eben doppelte Haushaltsführung absetzen zu können. So was machen wir nicht, solche Steuerberatung geben wir nicht. Wir dürfen aber, wie gesagt, technisch unterstützen. Wir dürfen generell sagen, hier findest du Informationen zu diesem Thema und versuchen da im Rahmen von dem, was uns möglich ist, natürlich zu helfen. Und da gebt ihr dann in Form von E-Mails relativ zeitnah das Feedback. So stelle ich mir das vor. Genau, also jetzt naht ja auch die Steuerfrist am 2. Oktober. Für alle, die eine Steuererklärung abgeben müssen, ist das der 2. Oktober. Und da verschicken wir natürlich auch E-Mails, ja, als Reminder, auch manchmal mit Gutscheincodes, aber manchmal auch mit, was sich bei uns tut. Also zum Beispiel haben wir eine neue Bezahlungsmethode eingeführt, wir haben auch die grüne Steuererklärung eingeführt, wo wir jetzt einen Quadratmeter Wald pro Steuererklärung schützen. Wow, sehr innovativ. Also ja, irgendwie, man muss ja auch das Richtige tun. Aber ja, wir bieten das halt auch an, weil wir sind ja die papierlose Steuererklärung und dann kann man ja nochmal den Extraschritt gehen. Also für mich klingt es auf jeden Fall wirklich praktikabel, easy umzusetzen und es lohnt sich auf jeden Fall, die App runterzuladen, reinzuschauen und dann kann man ja immer noch fragen. Lieber Daniel Hanemann, und ich glaube, du machst auch Podcasts, da kann man auch mal schauen, vielleicht packen wir da so einen kleinen Link noch unten rein. Ich würde mich auf jeden Fall schon alleine persönlich freuen über weitere Informationen und dass du wiederkommst. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.